Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Nummer 37 Ich habe meinen rechten Ohrring verloren. I've lost my right earring. Die Frau steht am Ende des Stegs. The woman stands at the end of the footbridge. Die Mutter tröstet ihren Sohn. Die Mutter tröstet ihren Sohn. The mother comforts her son. Ella schließt ihre Augen und ruht sich aus. Ella schließt ihre Augen und ruht sich aus. Ella closes her eyes and rests. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. We have an old wooden ladder from my grandpa. Nimm die Hände aus den Hosentaschen. Nimm die Hände aus den Hosentaschen. Get your hands out of your pockets. Das Buch ist so lustig geschrieben. Das Buch ist so lustig geschrieben. Ich habe ein sehr lustiges Buch gelesen. Soll ich es dir geben? Ich habe ein sehr lustiges Buch gelesen. Soll ich es dir geben? Ich habe ein sehr lustiges Buch gelesen. Soll ich es dir geben? Das Bürogebäude wurde von einem berühmten Architekten entworfen. Das Bürogebäude wurde von einem berühmten Architekten entworfen. Das Bürogebäude wurde von einem berühmten Architekten entworfen. The office building was designed by a famous architect. Ich habe mein Fahrrad an das Geländer angeschlossen. Ich habe mein Fahrrad an das Geländer angeschlossen. I locked my bike to the railing. Die Seilbahn verbindet die beiden Berge. Die Seilbahn verbindet die beiden Berge. The cable car connects the two mountains. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. I lost my contact lenses. Die Bananen sind noch nicht reif. Die Bananen sind noch nicht reif. The bananas are not yet ripe. Der Schreiner überprüft seine Arbeit. Der Schreiner überprüft seine Arbeit. The carpenter checks his work. Glaubst du, das passt zusammen? Do you think that goes together? Diese Wanduhr hat schwarze Ziffern und Zeiger. This wall clock has black numbers and hands. Diese Uhr hat ein weißes Zifferblatt und schwarze Zeiger. Diese Uhr hat ein weißes Zifferblatt und schwarze Zeiger. Dies ist die Rückseite des Brandenburger Tors in Berlin. This is the back of the Brandenburg Gate in Berlin. This is the back of the Brandenburg Gate in Berlin. Leon ist Gewichtheber. 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 Die Männer entwerfen Windkraftanlagen. The men design wind turbines. Leon ist Gewichtheber. Leon ist Gewichtheber. Die Schneiderin nimmt Maß. Die Schneiderin nimmt Maß. Ich hätte gerne eine neue Frisur. I'd like a new hairstyle. Von hier oben kann ich die Autobahn sehen. I can see the motorway from up here. Bitte schneiden Sie die Banane in kleine Scheiben. Bitte schneiden Sie die Banane in kleine Scheiben. Please cut the banana into small slices. Lotta sitzt auf dem Steg und schaut auf ihr Handy. Lotta sitzt auf dem Steg und schaut auf ihr Handy. Lotta sitzt auf dem Jetty und schaut auf ihr Handy. Das ist die Lösung. Wir sollten es so machen. Das ist die Lösung. Wir sollten es so machen. We should do it this way. Warum stellst du die Tasche auf den Boden? Warum stellst du die Tasche auf den Boden? Why are you putting the bag on the floor? Der Hund gehorcht aufs Wort. Der Hund gehorcht aufs Wort. Ich halbiere die Zitrone und presse sie mit der Hand aus. I cut the lemon in half and squeeze it by hand. Heute ist mein 10. Geburtstag. Heute ist mein 10. Geburtstag. Ich habe keinen Führerschein für dieses Motorrad. Ich habe keinen Führerschein für dieses Motorrad. Ich habe keinen Führerschein für dieses Motorrad. I do not have a license for this motorbike. Dieser Vogel hat ein Insekt in seinem Schnabel. Dieser Vogel hat ein Insekt in seinem Schnabel. Dieser Vogel hat ein Insekt in seinem Schnabel. This bird has an Insekt in its beak. Ab jetzt musst du nicht mehr selbst saugen. Ab jetzt musst du nicht mehr selbst saugen. Ab jetzt musst du nicht mehr selbst saugen. From now on, you don't have to vacuum yourself. Der Staubsauger reinigt die Wohnung. Du musst ihn nur einschalten. Der Staubsauger reinigt die Wohnung. Du musst ihn nur einschalten. The Hoover cleans the flat. All you have to do is switch it on. Möchtest du ein Glas Saft haben? Möchtest du ein Glas Saft haben? Möchtest du ein Glas Saft haben? Would you like a glass of juice? Ich sitze gerne in diesem alten Schaukelstuhl. Ich sitze gerne in diesem alten Schaukelstuhl. I like sitting in this old rocking chair. Die Schraube sitzt sehr fest. Die Schraube sitzt sehr fest. Die Schraube sitzt sehr fest. The screw is very tight. Ich muss den Scheinwerfer austauschen. Ich muss den Scheinwerfer austauschen. I have to replace the headlight. Der Schmetterling sitzt auf einer Blüte. Der Schmetterling sitzt auf einer Blüte. The butterfly is sitting on a flower. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich trainiere zusammen mit meinem Hund. Ich trainiere zusammen mit meinem Hund. Ich trainiere zusammen mit meinem Hund. Wir gehen gemeinsam die Treppe hoch. 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 Im Observatorium gibt es interessante Geräte. Im Observatorium gibt es interessante Geräte. There are interesting devices in the observatory. Elefanten erinnern sich an weit entfernte Wasserstellen. Elefanten erinnern sich an weit entfernte Wasserstellen. Erinnern sich an weit entfernte Wasserstellen. Erinnern sich an weit entfernte Wasserstellen. Machst du hier Urlaub? Machst du hier Urlaub? Are you here on holiday? Das Kind mag keine Kopfhörer. Das Kind mag keine Kopfhörer. The child does not like headphones. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Unter der Spüle bleibt es trocken. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Unter der Spüle bleibt es trocken. Now everything is back in order. It stays dry under the sink. Die Spülmaschine läuft auch wieder. Dort war eine Sicherung defekt. Die Spülmaschine läuft auch wieder. Dort war eine Sicherung defekt. Warum verstecken die Frauen sich hinter den Luftballons? 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 Der Junge putzt sich die Zähne und freut sich. Der Junge putzt sich die Zähne und freut sich. The boy brushes his teeth and is happy. Ich muss diese Dokumente sortieren. Ich muss diese Dokumente sortieren. Die Katze sitzt auf der Fensterbank. Die Katze sitzt auf der Fensterbank. The cat is sitting on the windowsill. Auf dem Brett liegen verschiedene Käsesorten und ein Käsemesser. Auf dem Brett liegen verschiedene Käsesorten und ein Käsemesser. Auf dem Brett liegen verschiedene Käsesorten und ein Käsemesser. Ich bin Polizistin. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich bin Polizistin. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich bin Polizistin. Das ist mein Arbeitsplatz. I am a police officer. This is my workplace. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt? Hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt? Lass uns surfen gehen. Lass uns surfen gehen. Lass uns surfen gehen. Lass uns surfen gehen. Ich möchte die größte Wassermelone kaufen. Ich möchte die größte Wassermelone kaufen. Ich möchte die größte Wassermelone kaufen. I want to buy the biggest watermelon. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Der Hund hat eine Pfote im Napf und leckt sich die Nase. Der Hund hat eine Pfote im Napf und leckt sich die Nase. The dog has a paw in the bowl and licks its nose. Ist es möglich, den Staub von dieser Lampe zu wischen? Is it possible to wipe the dust off this lamp? Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. If you subscribe to this channel, you help us to publish more Videos for you. Und wenn du diesen Kanal abonnierst, dann gibst du dazu bei, dass wir die Nase. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann gibst du den Kanal abonnierst, dann gibst du den Kanal abonnierst. Dann gibst du den Kanal abonnierst. Dann gibst du den Kanal abonnierst, dann gibst du den Kanal abonnierst. Vielen Dank.